Wer seid ihr? Wir sind das Papp und wer seid ihr? Wir sind das Papp und wer seid ihr? Wir sind das Papp und wer seid ihr? Ich finde es ganz toll, dass so viele gekommen sind, um für die Rettung des Schicksburg-Papps zu demonstrieren. Ich darf euch nur sagen, es ist einfach ein großes Kompliment für den Christian Koller, wenn so viele Leute für ihn auf die Straßen gehen. Lieber Christian, ich gratuliere dazu herzlich und ich hoffe, du hast jetzt den Mut, dieses tolle Lokal in Burgersdorf weiterzuführen. Wir haben am Donnerstag Gespräche gehabt mit Christian und der neue Eigentümer. Am Anfang war es ein bisschen haarig, aber je länger das Gespräch gedauert hat, desto besser ist es geworden. Die beiden sind sich einig geworden, nahezu, und ich hoffe, dass das im Jänner aufgesperrt wird, wie ihr wisst, und dann können wir wieder in unserem Wohnzimmer sein. Alles, alles Gute! Im Marina Shakespeare Park! Ich habe mich noch dazu gehört, dass die Einiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginiginig Vielen Dank.